hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von zelda scrolls online so vor circa fünf parts habe ich euch ja gesagt dass wir jede woche eine kiste öffnen ich war so frei habe schon kisten gekauft wir haben fertigkeit schreiterei kommt als nächstes ich habe jeweils vier stücke kauft also für die nächsten vier wochen wir werden jetzt eine von den versuchungen auswahl herz von mara eine bonusbelohnung schön schön ein reihtier ein bär kraft das ist ein miemens stein gut was ist das hier halten kurz dieser gegenstand erlernt es euch gegenstände bliebige erlernt den herzustellen auch schön ihr müsst eine kiste aussuchen wir machen jetzt ein sturm stein kist also wie gesagt alle fünf tage weil es kommt ja fünfmal die woche machen wir halt eine kiste noch mal kron dreifach wieder herstellungstrang kron kraft noch mal meine gute freundin bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal so sehen wir jetzt aus mit hut das sieht gar nicht mal so schlecht aus schwer wenn wir mal lassen sieht gut aus gefällt ja der hut sie uns wieder an das kopf das nicht wieso wieso kann ich die putze nicht absetzen moment sammlung müssen wir rein und wir das doch nein so was ich Achtung Sturzbohr ist. Verschiedenes. Bons das auszubilden und Stifles auszubilden. 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 So, das machen wir auch. Stenders Anhänger. Bons das auszubilden. Bons das auszubilden. Das ist Jute. Bons das auszubilden und Stifles auszubilden. Bons das auszubilden und Stifles auszubilden und Stifles auszubilden. Bons das 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 auszubilden und Stifles auszubilden. Oh, Lederfetzen, okay. Gut, gut, gut. Von der Krieg mir nix raus. Ah, weiß noch. Nikolaus ist gestoppt. Die Kiste, eine erste, noch lange neue Kiste. Ah, Gold, Ahorn, Flammenstab des Frost. Was haben wir denn da? Auch ein Blitzstabhangel. Oh, der ist aber gut. Den nehmen wir. Dann kommen wir den hier zur Stirn. Wir haben einen neuen Start. Da, la, 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 la. So. Sehr schön. Das ist Ahorn? Ja. Aber, Moment mal. Der macht 1084 Stufe 7. Verachtung macht weniger Schaden. Was für ein Witz. Ich weiß, wir müssen darüber, aber... was ist das? Was? 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 Ahorn. Ahorn, Flammenstab und verdorbenes Fell. Aber... Aber... Der macht ja Feuer. Ich will doch kein Feuer. Ahorn, Flammenstab des Frostes. Verstehe ich nicht. Oh Mann, gebrochene Waffe. Verursacht Froschschaden. Kommen da Flammen da raus? Was? Ey, Froschli. Ich ersaufen. Ähm, da war ne Kiste. Deine Sch... Schöne Truhe. Na toll. Was haben wir da? Gold und Duut. Scherbe. Den Wagenkopf. Okay. Und hier haben wir wieder Eisnerz. Wir kommen an unser Ziel. Keine Angst. рос? Na, geh lymphin. Ach witnessed das Euch. Halloween. Charlie Lieu. Na, clothes! Hahaha. Tir esperando die Flammen sen useless. ich dachte es wäre was aber ist nichts so ein paar pflänzen könnte ich noch gebrauchen das letzte dreh mal sehr schön er wurde auch wahrscheinlich diese frau wurde von willentieren getötet so noch mal auf die sachen also wir haben drei von fünf quests fertig wir müssen machen wir doch mal ok Es ist in die Richtung. Nehmen aber noch Jute mit. Ja, eventuell doch was in der Stadt nachher noch basteln. Oh, da ist einer mit seinem Pferd da noch. Eine Leiche. Kommen wir mal eben das Ahorn. Ja, wohl in Frieden, ne? Kann ich nur sagen. Naja, ist auch nicht schlecht, aber eigentlich sind wir Frost. Hier ist ein Marker. Okay, haben wir noch eine Quest gefunden. Zinsstopp. Zirai 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 Wir wandern mal ein bisschen in die Richtung. Hier waren wir schon drin, wir brauchen nicht mehr rein. Was ist das? Wermut. Bitte. Wermut. Wermut. Oh, noch eine Rune. Sehr schön. Okama porade uta. Und hier ist noch ein Pilz. Abla. Majute. Abla. Hier waren wir ja eigentlich schon. Oh, Lederfetzen. Wo der Runds und Verdammens fällen. Abla. 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 Ok. Darf ich jetzt? Danke sehr. Da leuchtet was. Schon wieder wohl? Wir waren doch schon mal hier. Na klar. Da kommen die immer wieder. So fangen wir aus. Den. Denata. Woko. Parade. Weltliche. Blumen. Ah. Ok. Eigentlich suche ich ja noch so'n. Ok. Oh. Pfefferbeine. Wo könnte denn noch so'n. Woh. Dingenschein. Hm. Okay, hier ist auf jeden Fall, habe ich durch Zufall noch eine Hülle entdeckt oder nicht? Gehen wir natürlich rein. Hülle interessiert mich jetzt. Ein Sturz ist überall hinter sich entdeckt. Stufe Aufstieg, sehr schön. Stufe 8. Dann mal her damit. Handwerks-Tisch-Empfehlung, Kästchen des Schneiders, Täschchen des Leders, Handwerks-Struhe, Schmiedesruhe. Entheld-Gängste für die Herrschung von Rüstung von Magier. Entheld-Gängste für die Herrschung von Rüstung von Assassinen. Entheld-Gängste für die Herrschung von Rüstung von Krieger und Metallwaffen. Ja, was bin ich denn? Ich bin ein Hüter. Ich würde sagen, wir machen mal einen auf Ausdauer. Und hier machen wir... Ich finde Pflanzen zwar viel leichter, wenn sie 20 Meter oder weniger entfernt sind. Und das. Ganz einfach. Okay. Wir haben etwas entdeckt. Nur das. Mehr nicht. Ich... Ich denke, wir werden da unterscheiden. Ich weiß es nicht. Ein Getränk. Man kann ja nicht tauchen. Okay. Ich glaube aber, das ist das Ende hier. Da hat jemand Gäste gefunden. Oder gibt es da noch was? Da ist so eine kleine Insel. In der Rune. Eine Munde. Steine. Jota. Mako. Korade. Und weibliche. Nicht weibliche. Weltliche. Das ist das. Ich liebe euch. Ja. Befeuillen. Gut. Noch ein Wolf. Alle Wolfi. Problem des Fell. So. Geht's denn jetzt hier weiter? Ist hier was? Nein, wir haben jetzt von den Sachen drei entdeckt. Gut. Dann würde ich sagen, laufen wir doch einfach hier weiter entlang. Hoffen wir. Ähm, da habe ich was gesehen. Das nicht. Ich meine das Gebäude, aber okay. Nehmen wir das auch mit. Ach. Also Feuer ist auch nicht schlecht. Aber. Ja. Ich mag Frost. Eigentlich bin ich ja Feuertyp. Aber. Da ich auch Frost geskillt habe. Und ein Hüter bin, der also mit Frost kommen hat. Richtig. Ich habe das auch mit. Na, ja. Ich werde es auch noch mit. Näh. Das ist ein Hüter. Oh, ja. Aua, sorry, tut mir leid. Ist nur das so irgendwo versteckt irgendwas. Ist nur das so. Ist nur das so. Ist nur das so. Panzer. So. Ich glaube, ich sollte die Folge mal beenden. Aber man kann sich so gut da drin verirren. Deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentartips und Tricks immer. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und im nächsten Part, geht es um weiter. Bis dahin. Adios.